Oh je, brauchen wir eine Batterie und es fehlt auch eine. Ich gehe mal runter, eine Batterie habe ich hier gefunden, aber hier sind drei Slots. Wo packen wir jetzt die Batterie rein? Oben drauf. Ich kann nicht rausnehmen. Ah, was ich? Ah, was ich? Ah, was ich? Ah. Ich glaube, da können wir die einzelnen Tore mit öffnen hier, ne? Okay, jetzt geht es hier auf. Ja. Oh, nett. Ich bin tot. Ich bin tot. Krippe. Was? Ach ja. So. Kommst du? Nehme ich hier die Batterie raus? Ja, dann machen wir uns im Schluss dann oben. Jo, in die Frau. Hm. Ach, da ist doch hier eine... Ist das nicht der Anfangsbereich? Ne, ne? Doch, hier waren wir doch. Oder... Ja, ich bin nur mit dem Fahrstuhl runtergefahren, aber nicht. Doch. Oder? Ne, wir sind kein Fahrstuhl gefahren. Ne, wir sind runtergelaufen. Ja, funktioniert doch nicht. Achso, da ist er drüben. Und... ... ... ... ... ... ... Das war aber schön, ja da noch einmal, ne? Ja! Ich hab ihn, war das gut. Oh, Backbone. Kann wir uns aber Sachen machen? Ja. Mal gucken. Mischten wir wahrscheinlich von der anderen Seite. Hm. So, so ne Brücke. Ja, ich seh's gerade. Ja, ich seh so ne Hebel. Ja, ich seh's gerade. Ja, ich seh's gerade. Ja, ich seh's gerade. Boah, wie kommen denn da gerade? Boah, wie kommen denn da gerade? Boah, wie kommen denn da gerade? Okay, äh, glaub das war's. Na gut, dann kann ich wieder an die Gaffer. Okay. Okay. Na, weiter. Eat of us. Okay, klar, warum nicht? Aha. Ich bin Hunger. Ha, gut, dass ich jetzt gemacht hab. Kann ich auch noch rein, oder? Ja, das wird's gut, ne? Oh, ist Lichter? Ne Leiche, die ich verhaltet hab in meinem Fuß. Ich weiß nicht. Aus besonders war jetzt hier aber nicht drin, ne? Nö. Also das ist das Wollform eigentlich nicht wert gewesen. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ja, auch mit Ika-Frasse. Hm. Wann ich gar nicht schickt gleich hinter uns wieder aus der Wand? Komm, oder? Jo. Ja, waren wir vorhin oben drüber. Mhm. Oh, die Brücke da. Oh. Gehen wir mal hoch. Ja, ich warte. Ja, ich komm mal hoch. Sehr schön. Ja, bin da. Fahrstuhl. Hm. Hm. Ja, wir haben das eine Jahr noch nicht mit Strom versorgt. Da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal hin. Genau, ja. Gucken wir was da noch drin ist. Hm. Was da? Signal kommt immer näher. Sir, ich weiß ja nicht wie es hingeht. Aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sorge. Wir bekommen bald alle zu fressen. Was? Ihr lang. Mhm. Haben sie ihn hingelockt zum Verfüttern. Hm. Hm. Oh, mein kleiner Roboter. Sprengstofflager. Okay, da waren wir noch nicht. Dass diese Lampen schon so lange brennen, ne? Wenn du überlegst, vor 200 Jahren war das hier. Und die Lampen brennen immer noch. 200 Jahre, ja. Das ist schon krass. Ich sehe auch viele Betriebsstunden. So etwas Strahlendes, weißt du? So Duracell in der Zukunft. Ach, den Fahrstuhl müssen wir zusammen rufen, was da? Dann gucke ich mich erstmal noch um. Okay, die Tür geht nicht. Hinten um die Ecke. Oh, hier ist noch ein alter Fakt. So, ich war auf die Seite. Was ist doch genau? Oh, ich war es so großartig, ja. Oh, ich war es so großartig. Okay, so großartig. Oh, ich war es so großartig. Oh, das ist es mal? Undons. Ah, da ist er. Ruhig, guck er mal. Ich komm hier nicht rein. Nein, hab ich hier noch Platz. Ich hab genug, das ist okay. Ah, Minusan, die Feuerlade. Neeee. Let's go. Sehr schön. Jetzt haben wir hier hinten lang, sagt er. Okay. Hm. Nein, 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 nein. Er hat alle eben zwitter ruiniert. Saat, haben Sie gehört? Gut, es ist alles gut. Nein, nein, nein. Wann ist das denn heißen? Nein, nein. Nein, 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 nein. Sie müssen essen, sie müssen essen. Na dann, was ist das? Achso, du bist noch an der Werkbundessung. Hm, 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 hm. Raubtapezen hier die ganze Zeit durch den Raum. Was ist, ich wollte mal so eine Stange fertigen. Ich hab' sonst zwei dabei. Ah, ne, nur noch eine. Oh, jetzt hab ich. Man weiß ja nie, ne? Jawohl. Ah, dann fahrst du schon wieder. Ja. Okay. Okay. Oh, die Waffe hat's auch in sich. Ist so schön, dass man die Waffe so upgraden kann. Das kam mir irgendwie bekannt vorher. Waren wir hier nicht schon? Oh. Hier wirklich, richtig still. Puh. Ja, doch, das ist der Anfang. ja stimmt das muss ich mit dem verstand zugang zur bahn beide schon schuss bereit gerne das lämpchen da irritiert der pfahl zeigt nach oben aber die die lämpchen reihe nach unten ja wobei es passt auch schon irgendwie macht sinn so ein langer weg nach oben na das ganze monster laden da erst so ein horten modus wäre glaube ich richtig übel ja hier ist eine bahn ok wo können wir da hinfahren ach alles noch gesperrt aber das sind viele punkte waffenarsenal archäologie marke isolierung hügelpony so bin da ups ist wie weit tschau ok wollen wir uns jetzt noch einmal komplett durchkämpfen zu dem einen bereich mit der batterie oder wollen wir die wieder rausgehen ja gut gegner dürfte als eigentlich keine mehr da sein die haben ja alle platten gemacht auf dem weg dahin das ist ja jetzt noch so ein durchrushen bis zum punkt und dann wieder zurück und ich wette es lohnt sich noch nicht ja das ist es halt ne man weiß es nicht ja wer weiß äh warten dass es war da ne sicher ich glaube wir kommen da nicht nochmal hin weil hier sind wir eben rausgekommen das war der andere weg hier doch hier können wir ja gar nicht sind wir jetzt alles wieder zurück nee wissen wir ja fast ja ich will nicht iell war ist das kacke